Spectral Under 00Race ist ein extrem schnell wirkender Füller, besonders geeignet für Arbeiten, bei denen Zeit und beste Reparaturqualität von Bedeutung sind. Das Produkt wird mit dem Hertha H6525 im Verhältnis 1 zu 1 vermischt. Der Füller benötigt nach dem Vermischen 5 Minuten zur chemischen Aktivierung. Die Haltbarkeit der Mischung beträgt etwa 15 Minuten. Der Auftrag erfolgt mittels einer Spritzpistole mit einer Spritzdöse von 1,4 bis 1,6 mm. Beginnen Sie mit dem Auftragen einer dünnen Schicht und warten etwa 5 Minuten, bis die Oberfläche matt wird. Anschließend tragen Sie 1 bis 3 Schichten ohne Ablüftzeiten auf. Under 00Race füllt kleine Kratzer und Unebenheiten im Untergrund perfekt aus. Die Aushärtungszeit des Füllers hängt von der Temperatur und Anzahl der Schichten ab und reicht von 60 Minuten bis zu nur 5 Minuten beim Einsatz eines IR-Strahlers. Under 00Race ist in drei Spektralgrauen Farben erhältlich. Durch Mischen der entsprechenden Versionen kann der Füller in Zwischenfarben erhalten werden. Das Produkt lässt sich perfekt schleifen. Grobschliff mit Schleifpapier mit einer Körnung von P240 bis P320 und Endschliff mit Schleifpapier mit einer Körnung von P400 bis P500. Der Füller ist mit Additiven verträglich, die das Haftvermögen und die Elastizität des Füllers erhöhen. Somit kann er auf Kunststoffen angewendet werden. Wichtig! Die Dekorschicht sollte aufgrund ihrer Eigenschaften nicht später als 32 Stunden nach dem Auftragen des Füllers aufgebracht werden. Spectral – Technik zur Erhöhung der Effizienz von Werkstätten, die für hervorragende Resultate sorgen.